Für jeden wahrlichen Menschen entsteht mühelos ein Mitgefühl für alle Wesen, selbst wenn diese ihre Geist- und Bewusstseinsnatur selbst nicht zu erkennen vermögen oder noch nicht erkannt haben. Dieses Mitgefühl wächst mit der stetig steigenden Wahrlichkeit des Menschen dermaßen, dass Tränen endlos strömen müssten, wenn sie dazu fähig wären, dem angemessenen Ausdruck verleihen zu können. Verwirklicht aber der wahrliche Mensch die Natur seines Geistes und seines Bewusstseins, dann genügt ihm das Mitgefühl allein nicht mehr. Denn er benötigt für die anderen Wesen auch entsprechend andere angemessene Werte wie die Liebe, den Frieden und die Harmonie, um ihnen als wahrheitlicher Mensch entgegenzutreten und sie als seinesgleichen erachten und schätzen zu können. Dadurch befreit sich der wahrliche Mensch selbst von allem Leid und aller Angst vor Geburt, Leben und Tod. Dies ist eine Einsicht von sehr großem Wert, die dem Menschen ein Glück vermittelt, dem die Herrlichkeiten und die Freude und Lust alles Weltlichen nicht in einem Bruchteil nahe kommen, weil diese nicht der Erkenntnis der Natur, des Geistes und des Bewusstseins entspringen. Z chatten 8 12 16 18